Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von dem wunderschönen, der Letzt of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir das Spiel abgeschlossen. Ja, wir haben die Verheerung Ghanon besiegt, wir haben die... Die Moombest, der hieß der, glaub ich, äh, Ghanon besiegt und haben das Spiel halt abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit den 100%. Wir werden heute... Erstmal, ich schau jetzt gerade erstmal, wo... Oh, hier ist ja noch... Erstens, hier ist noch ein Schrein, den wir machen können. Zweitens, habe ich hier doch was markiert. Warte mal. Das ist beides hier oben. Blau. Achso, hier. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Das heißt, wir werden heute nämlich erstmal hier hochgehen zum Akala-Institut, das ich schon letztens gesehen habe. Das wollte ich schon eigentlich vor der Besiegen der Verheerung Ghanon, also vor Schloss Hyrule machen. Oh, wo habe ich dich gemacht? Ich habe mir jetzt auch, gerade auf meinen PC, ein paar Karten rausgesucht, wo die Schreine und so weiter alles sind. Können wir eigentlich auch gleich mal schauen, ob da oben irgendwas ist. Können wir tun. Können wir tun. Können wir tun. Ich gleich mal auf. Und ja, hier ist genug oben. Hier ist wirklich genug oben. Okay, Schreine sind nicht so viele. Komm, zeig mal. Ich habe hier oben halt auch noch keine Schreine. Gehen wir dann hin. Oder holen wir uns doch zuerst einen Schrein. Dann holen wir uns erst einen Schrein. Ähm. Richtig. Holen wir uns erst mal einen Dage-Geld-Schrein. Und da fahren gerade Motorräder vorbei. Lachal. Und zwar... Oh, hier war eine Ausdauerschrecke. Oh mein Gott. Wir wollen... Also da ist ein Schrein. Hier. Passt schon. Gehen wir erst mal dahin. Dann gehen wir zum Akala-Institut. Oder... Ich habe keine Ahnung. Okay, da unten. Achso, das wird ein Rätsel sein. Wird gar kein Schrein unten sein. Okay, auf Rätsel habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Weil ihr seht, er ist noch gar nicht gespawnt. Das heißt, er kommt da erst noch... Wohl gehen wir... Gehen wir einfach mal runter. Können wir uns ja dann wieder hochporten. Theoretisch. Schauen wir mal, wie das da unten so gelöst ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, damit ihr... Warte mal. Ne, passt schon. Flieg weiter. Nicht, dass ich euch sprengen werde. Nein. Besser. Hallo? RIP. Schlecht. Okay, da drüben ist echt was. Ich muss jetzt drüber schwimmen. Dann nimm dir mal kurz... Bitte, bitte, sag mir, dass ich das einfach schaffe. Mal das hier und dann zieh den Helm aus, weil ich glaube, dass ich... Echt? Hör auf! Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oder doch? Junge. Okay, nee, doch, ich habe es geschafft. Aber ich werde ganz nett getroffen. Ich hasse mein Leben. Lass mich bitte aufhören. Und hier ist... Nur sowas. Das ist doof. Das ist sehr doof. Wir haben jetzt das Akal-Institut. Warte ich. Ich mache nochmal. Ich baut mich nochmal hoch. Passt schon. RIP. Mit vier Minuten versaut. Läuft. Geil. Aber... Ich baut mich hier nicht zufällig zu einem Stall, oder? Hier gerade. Weil hier ist auch ein Stall in der Nähe. Dann gönnen wir uns halt den Stall. Dann gönnen wir uns halt den Stall. Ist mir jetzt auch egal. Ist denn... Ja... Mach mal. Erstmal... Nee, wir sind nicht hier beim Stall. Der Stall ist... Hier daneben. Irgendwo. Ja, irgendwo hier daneben. Sollte ein Stall sein. Ja, und... Was zur Hölle? Oh. Ja, das ist ein Krok. Sehr gut. Haben wir halt das schonmal. Nein, nicht ablegen, sondern werfen, du. Achso, nee, ich soll das da hinlegen. Den Steinkreis soll ich ja so... Okay, aber ein Krok. Dann machen wir halt das. Dann haben wir halt einen Krok. Ähm, 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 ähm. Da ist ein Schrei. Also... Ach, nee. Das hier ist doch schon der Schrein bei dem. Also hier... Ach, ich bin zu Pfosten. Das ist hier. Ich hab das... War da nur unten noch nicht. Oh mein Gott. Pfosten. Metal. War das auch mal. Okay, haben wir das gefunden. Aber hier unten ist... Dann ist aber hier vorne irgendwo ein Schrein, wenn ich jetzt gerade weiterlaufe. Mein Gott. Oh Gott. Aber wo ist der denn genau? Der müsste... Ähm... Warte mal, ich zeig's euch kurz. Der müsste... Der ist markiert irgendwo hier. Irgendwo hier ist der circa markiert. Wenn das jetzt wieder irgendwie so ein dummes Rätsel oder so ist... Ach. Ist hier unten nicht die Quelle. Wie das ist ein Rätsel? Ripp. Machen wir das auch weg? Okay. Dann haben wir zwei Rätsel, die wir nicht lösen können. Läuft. Dann laufe... Oh ja. Endlich mal. Keine Ausdauerschrecke. Nein. Nein, okay. Dann nicht. Oh Gott. Wir laufen ganz in dem Kreis schon und finden nichts. Aber so wird das jetzt öfter sein. Wir holen uns hier jetzt... Laufen jetzt Richtung Rot. Weil hier... Das tolle Akal-Institut ist. Gehen wir halt echt zum Akal-Institut. Was ich schon von Anfang an tun wollte. Ripp. In der Gerudo-Wüste sind ja auch ein paar Schreiner. Aber nicht so krass viele. Das sind echt nicht viele. Ist das da... Wissen das eigentlich genau? Das ist da oben wahrscheinlich. Ja, da hinten. Ich seh schon. I see it. Und ich muss da wahrscheinlich wieder Feuer hochholen. Loll. Was? Nein, es beginnt zu regnen. Komm schon. Okay. Loll. Tod. Alles klar. Oh nein. Ähm... Achso, ich kann... Jetzt kann ich mir die anziehen, ohne damit ich vom Blitz getroffen werde. Wahrscheinlich. Ich zieh mir das jetzt auch mal an, das nervt. Ähm... Du musst weg. Du musst weg. Du musst auch weg. Jo, ich lauf schon. Oh, hier ist mein Bombenpfeil von vorhin. Geil. Geil, 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 geil. Der Part nach dem Finale fängt echt gut an. Oder ist halt echt gut, weil... Anfang, wir sind schon bei... Neun Minuten. Grip. Jetzt erstmal hoch hier. Ach, erstmal ordentlich hinsetzen hier. Wie gesagt, ich wollte ja echt zum Akalinsesu schon vorher, aber... Irgendwie habe ich es dann doch nicht mehr gemacht. Und ja, und so weiter. Und bla bla. Bis jetzt. Was zur Hölle? Was? Oh Gott, der hat mich so gut getroffen. Es wäre jetzt voll toll, wenn ich das damit abgewehrt hätte. Warte mal. Kann ich irgendeinen Bogen? Ja, beide. Habe ich ein Schwert, das ich so nehmen kann? Dich hier anscheinend. Machen wir das halt so. Zerstören wir dich halt so. Als ob hier einfach ein Drecks... Oh lol. Was machst du denn hier? Oha. Oha, oha, oha. Ist ein bisschen was. Ein bisschen was. Oh lol. Er auf. Der wird jetzt gleich vom Blitz getroffen. Ha. Was ein Opfer. Ich habe keinen Platz mehr. Keine Platz mehr. Ja, ja. Habe ich irgendwas Unnötiges? Nö. Doch dich, aber du bist auch irgendwie... Du bist ein Gnadenstoß und die Wind klingen ja wahrscheinlich nicht. Ich lasse es einfach. Geh einfach zum Arkala-Institut. Das ist ja auch eine Sidequest. Sidequest? Nee, war... Der andere Forscher hier. Blablabla. Robelos. Ja. Machen wir eine Sidequest wenigstens. Passt das auch? Dann gehen wir jetzt zum geilen Arkala-Institut. Ach ja, weißt du, was wir auch jetzt schon langsam anfangen könnten? Das war... Zu Waffen fotografieren. So, das will ich. Bin dumm. Knochenmob-Pflanze. Ja. Ja. Okay. Haben wir das schon mal markieren... Äh, äh... Genommen. Hello? The fuck? Hallo? Ist hier niemand? Ja. Ist halt echt keiner. Red ich halt mal mit dir. Für... Tun... Und... Hat... Hey du, was machst du hier? Hm. 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 Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Du... Bist du etwa link? Ja, bin ich. Hm. Wenn du link wärst. Dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinen Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Kann ich mich jetzt ausziehen für dich? Wenn ich das jetzt gerade... Ich zieh mich einfach mal aus. Zieh mich jetzt ohne Mist mal aus. Hallo? Genau, dein Körper trägt unzählige Narben. Ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche der Verheerung dir zugefügt hat. Hm. Gut, du bist wohl wirklich, der echte Link. Dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Doktor Rubello. Ich bin mir eindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Pura ist ein Kind. Aha, Pura hat ein Kind. Pura wurde verjüngert. Verjüngert. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Hm. Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstärkt? Ich weiß, aber ich habe sie vorhin besiegt, also... Aber ihr wisst das doch nicht, weil das wieder zurückgespult wurde und... Ja, hi. Hm. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelheiten zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Nicht nötig. Gut. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns, Sheikah, zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung. Habe ich schon. Legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung gerne ein Ende setzen. Ähm, ja, entschuldige die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Rüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Jerry, beziehungsweise der Sheikah-Ofen, stellt antike Ausrüstung her. Aber leider ist sie eingeschlagen. Nachlich muss ich wieder die blaue Flamme vom Flamborn holen. Flamborn? Wo ist der? Zeig mir das, wo das ist. Oh leid, das ist hier unten. Okay, mach ich. Ich hol das jetzt einfach. Obwohl im Regen... Wird schwer. Hier wird es trotzdem mal runter. Oder halt in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das nach unten geht. Alter. By the way, werde ich die Parts ab jetzt auch um die 30 Minuten halten. Wenn sie interessiert. Oh. Middle. Aha. Geht sie jetzt runter? Ist hier vorne ein Schrein? Oh la. Hä? Ach, der ist... Das ist jetzt da vorn. Sehe ich das auch? Ja, ja. Das ist der da. Okay. Ähm. Ihr seht die Karte halt nicht. Aber ich kann... Nee, ich will euch das nicht zeigen. Aber ich sehe das hier drüben jetzt endlich mal. Die Frage ist, wie komme ich da rüber und so? BTF. Das wird schwer. Aber es regnet nicht mehr. Äh. Zieh dich erst mal wieder an. Linkilein. Zieh deine Rüstung an. Ich zieh das an. Ja, ja. Das hier. Der Tier. Das geile Masse Schwert. Middle. Du bist so schlecht. Ihr seid alle so schlecht. Und es leckt. Oh mein Gott. Da vorne war noch einer. Ich will den aber nicht killen. Soldatenschwert. Nee, brauche ich nicht. Sorry. Ich muss hier dann durchlaufen. Okay, ich kill euch doch. Weil hier ist ne fuck hell. Servus. Einfach mit vier Schüssen gekillt. Da vorne ist der fucking Fee. Bekomme ich dich? Bekomme ich dich? Bekomme ich dich? Bekomme ich dich? Nein. Hätte ich was gehabt. Fee. Mein Gott. Fast. RIP. Ah, wo ist denn hier? Der zwei ist hier oben. Oder? Doch, es wird mir angezeigt. Feuer, Feuer. Hallo. Ich habe keine Fackel. Gott, habe ich irgendwas mit dem ich das... Du, du vielleicht. Brennst du? Okay, das brennt. Sehr gut. Sehr gut, dass du brennst. Sehr gut, dass du brennst. Das brennt noch. Lel. Äh, hier kann ich auch was anzünden. Komm, 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 komm. Feuer. Ja. Du auch. Drecksvieh. Oh, sogar gleich Krill-Edel-Edelwelt. Ja, ja. Soll ich jetzt echt rumlaufen? Oder wie soll es denn jetzt gehen? Wie komme ich denn da rüber? Können wir runter? Oh, und hier unten ist auch was. Mell, komm schon. Das noch. Oh, verpiss dich, du. Nein! Was zur Hölle? Ich bin kaputt gegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, fick dich doch. Bring dich um. Ach, wisst ihr was? Das macht ein anderes Mal. Ich hab gerade keine Lust. Ich geh jetzt in den Wald der Crocs und mach das da was. Ne. Pech gehabt. Hat das Spiel halt Pech gehabt, ne? Dein, 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 dein. Ist in dem Wald der Crocs eigentlich noch ein Schrein? Ja. Also, außenrum irgendwo werden mir da drei angezeigt. Lol. Sind halt echt noch so viele Schreine, aber drei hier um den Wald der Crocs. Oha. Ich mach jetzt mal kurz die Karte. Ne. Was für eine Karte will ich denn? Warte mal. Nicht die hier. Nicht die hier. Die hier will ich. Hier sehen wir jetzt nämlich gerade alle. Der Wald der Crocs ist kein Crocs-Samen. Okay. Ähm. Achso, ich will ja gleich in den Schrein rein. Den hab ich, by the way, wie gesagt, schon mal nur aktiviert. Ich hab den nicht gemacht. Meins Freundes. Ich hab den nicht gemacht. War da nur... Ich glaub, ich hab den halt echt nur aktiviert. Oha. Sie zu den Sternen. Die Zahl des Sternen ist der Schlüssel zu deinem... Oh nein. Das war doch der, den ich nicht lösen konnte. So, ich kann das ja so machen. Aber... Das war der Dreck. Oh nein. Ficken. Passt schon. Ne. Da, da hab ich dir wirklich zu stark gesehen. Du hab nichts gesehen. Und das fand ich völlig okay. Also da, das... Die meint das da vorne doch. Aber... Was soll ich da denn sehen? Und was soll mir das dann denn sagen? Und... Ah. So wahrscheinlich... Ich glaub, ich sollte mal... So, was ich mal mache. Zähl mal hier die Punkte. Eins, zwei, drei. Vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierze, fünfzehn, sechzehn. Diebzehn, achtzehn, neun, zehn, zwanzig, ein, zwei, 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 drei, vier, drei, vier, fünfzehn, acht, neun, zehn, dreißig, 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 dreiß Was zur Hölle? Ich habe gerade eine komplett falsche Zahl. Oder was wollt ihr denn? Ich verstehe es nicht. Komplettlösung incoming. Warte mal, wenn ich hier zustehe, meinen die Linksaußen 5. Das heißt hier drüben. Ähm, links. Innen 3. Ich hoffe, ich verstehe das gerade komplett richtig. Rechts, innen 1. Komm schon, Spiel. Sag mir einfach, dass ich richtig liege. Ähm, wo ist die andere Kugel? Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht geworfen. Ähm, rechts, außen 2. 2. Oh lol. Richtig. Ja. Jetzt haben wir das mal. Ihr könnt jetzt hier schon den Schreinbären. Und hier steht jetzt auch noch die Lösung für die Schatztruhe. Das heißt, rechts, innen 2. Rechts, außen 1. Erstmal zu tauschen. So, auf die anderen Seite, äh, links, innen 2. Und links, außen, 4. Läh. Das ist zum Fick. Das hat ja so passen. Geil. Geil, 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 geil. Dann haben wir das schnell gelöst. Einfach durch das tolle Internet. Ja, ich habe jetzt echt das Internet verwendet. Ja, ja. Ich war es nicht, Jungs. Ich war es nicht. Mal hier eine Truhe. Vielleicht bekommen wir jetzt etwas Tolles. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nur ein Dreck. Königszweihänder. Und das können wir sogar nehmen. Ja, weil vorhin mein, meine Mobplan sozusagen kaputt geworden ist. Schon blöd. Dann kamen wir aber jetzt den Schreinbären. War jetzt nicht so schwer. Also es war schon schwer, aber mit komplett Lösung halt. Bisschen einfacher. Ist auch logisch. Aber ich glaube, ich werde den Partner auch gleich beenden. Ja, wir springen das mal alles. Geiles Zeichen der Bewährung. Dann machen wir im nächsten Part das mit dem Akala-Institut. Das heißt, wir gehen im nächsten Part ähm... werde ich mir die Fackel von dem Akala-Institut holen und jetzt schon mal vorlaufen. Jetzt wieder hinlaufen und machen wir das dann im nächsten Part richtig. Und jetzt machen wir noch... Jetzt können wir, glaube ich, gar nichts mehr machen. In Walde-Krox können wir halt auch nichts machen. Maronus hast... Ich muss tanzen. Du hast nichts, oder? So, ich nehme dieses Zeuf-Krox am... Achso, du hast... Nee, du willst... Ja... Ja? Kannst du andere eigentlich auch? Okay, aber was haben wir denn? Schild... Ja, ja, ja. Du hast Schild... Bogentasche. Wenn wir eine Bogentasche lieber. Ja. Geil, dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt hier noch weitermachen. Alle unsere Krox am Ausgeben. Eins mehr. Ta-ta. Ja, ja. Können wir aber noch eins vergrößern. Ja, ja. Mhm. Und dann noch einmal unsere Schildtasche. Sehr gut. Ja, komm. Gib Gas. Jo, jo, jo. Ja, komm schon. Schildtasche. Achso, die haben wir schon mal vergrößert. Okay, dann geht das nicht mehr. Wiedersehen. Wie schade. Ja, ja. Das wird schon noch passen. Irgendwann. Komm, eigentlich, das Schwert wieder reintun. Nee, schade. Aber wir können Prinzessin und Insiane nehmen. Geil. Und sie habe ich letztens auch schon genommen. Warte, wenn wir Prinzessin und Insiane haben, könnten wir eigentlich theoretisch zu einer Fee gehen. Wo ist denn der Fee? Kakariko. Ist einer. Und irgendwo hier drüben ist auch einer. Jo, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Gehen jetzt nach Kakariko. Geh noch kurz zur Fee und dann beende ich den Part. Vielleicht kann ich ja noch was verbessern. Vielleicht habe ich eben noch ein paar Dinge gefunden. Beziehungsweise ich könnte mir auch gleich ein paar Screenshots machen. Und schauen, was ich noch so brauche. Was ich noch so brauche. Das wäre schon ein bisschen interessant. Wir haben heute halt echt nicht viel geschafft. Das ist doof. Das muss im nächsten Part auf jeden Fall besser werden. Das muss besser werden. Geh da mal kurz davor. Und da bist du wieder. Metal. Hallo. Nicht getroffen. Du bist mir weggelaufen. Drecksvieh. Nein. Nein, nein, nein. Ist eigentlich hier ein Kakariko. Warte mal. Ist auch noch ein Schrein. Sogar in der Nähe. Hier irgendwo daneben. Könnte ich gleich noch mal schauen. Ich will noch so viel schauen. Aber erstmal Fee. Hallo. Ist irgendwas für mich? Ja, komm raus. Hier ist doch... Hier ist irgendwo noch ein Schrein. Als ob. Ja, was kannst du denn verspäßern? Nur die Dinge hier. Die will ich ja halt nicht unbedingt. Das du... Das halt. Ja. Aber... Was will ich denn noch verbessern? Ich will das Regengewand mal verbessern. Ja. Ja. Verstärken bitte. Was brauche ich denn für dich nochmal? Wird mir nicht angezeigt. Lehel. Hier brauche ich Sput-Echsen. Hier brauche ich einen Stern-Splitter. Habe ich nicht. Hier brauche ich Flederbeißer-Augen. Das kann ich bald noch verbessern. Okay. Okay, okay, okay. Was will ich denn noch verbessern? Das Regengewand. Hier brauche ich... Farodra. Horn-Splitter. Ja, gut. Ich brauche langsam mal einen Stern-Splitter. Echt, ich würde nämlich das gerne mal verbessern. Hier brauche ich überall Stern-Splitter, ja. Schon ein bisschen doof. Ja, egal. Gehst du schuld? Ich schau jetzt noch ganz kurz, weil hier ist irgendwo ein Schrein neben Kakariko. Wird mir angezeigt. Schau mal kurz. Neben Kakariko. Wahrscheinlich... Ja, genau da, wo ich jetzt hinschaue. Nur das mal alles ein. Hier oben vielleicht. Hier irgendwo im Wald anscheinend. Alter, da drüben ist was. Ist ein Rätsel. Was zur Hölle. Ist einfach ein Rätsel. Okay. Wieder mal ein Rätsel. Wo ich mich nicht auskenne. Ja, ja. Sorry, Jungs. Sammel dich hier ein. Was war da gerade? Ach, das war nur eine Eichel. Ich dachte, da war eine Ausdauerheuschrecke. Schade. Oh Gott. Jungs. Weg. Weg. Nee, ich würde jetzt persönlich sagen, dass das mit dem Part war. Und wir im nächsten Part weiterschauen. Ja. Das werde wir tun. Wollte das mal kurz. Ist ein Sportling, oder? Ja, den wollen wir. Ich würde zeigen, das war es mit dem Part. Lass gerne ein Like da, oder? Wie können wir das denn komplizieren? Ach so, ich weiß schon. Ich finde immer wieder das Dinge. Das finde ich voll nicht okay. Jungs. Fuck it. Jetzt habe ich halt noch Crocs angemacht. Leck mich doch. Ja, das. Wieso so viele? Verpisst du dich auch noch? Nee. Ich beende Sympath. Egal, was passiert. Weiß ich mal, wo ich hier hinkomme. Tschüss. Ich hasse mein Leben. Jello Bar Mitzvah. Jello Bar Mitzvah. He. Vom Jello für Dicker zum Lando Besitzer. Dicker. Jello Bar Mitzvah. Jello Bar Mitzvah. Jello Bar Mitzvah.